Erlebnisbank, Klappe die Erste. Erlebnisbank, Teich 328, Klappe. Danke, Ivi. Hi, oder wie man auf alles aditsch sagt, Sali. Mein Name ist Karim Habli und ich bin Schauspieler und Regisseur. Und wir suchen genau dich. Für ein innovatives Projekt in der Region, für die Region. Wir suchen zwei Kamerateams, zwei Cutter und einen Moderator. Und vor allem eine Moderatorin. Du solltest noch zur Schule gehen oder eine Lehre machen. Und das hat auch nach wie vor Priorität. Das, was wir vorhaben, kannst du ohne Probleme in deiner Freizeit machen. Was wir allerdings genau machen, wird noch nicht verraten. Nur so viel, wir bringen dir alles bei. Und hierfür haben wir extra für dich ein starkes Team zusammengestellt. Da wäre zum einen Ivi, unser Kameramann. Sali, Ivi. Sali, zusammen. Er bringt dir alles bei, wie man eine Kamera richtig bedient und den Moderator richtig ins Licht stellt. Merci, Ivi. Schöner, zusammen. Des Weiteren haben wir für die Nachbearbeitung Marcial. Sali, Marcial. Sali. Er zeigt dir, wie der Beitrag später richtig geschnitten wird. Merci, dear. Tschüss. Und das hier ist Michi, unser Produzent. Sali, Michi. Sali. Sali. Das Casting findet am 25. April in Stalden statt. Und alle Teilnahmebedingungen findest du in deiner Schule oder im Internet unter www.erlebnisbank.ch. Wir sehen uns. Und keine Angst. Dieter Bohlen kommt nicht. Ciao. Ich Atme. Ja. Ja. Und der Schüler. Io. Untertitelung des ZDF, 2020